recht herzlich willkommen zur fünften folge von league of legends ja wir sind hier in der übersicht ich zeige euch wie das ding von stufe 7 zur stufe 9 gelaufen ist werden ja erst an um und jetzt haben wir tristana das letzte video war halt mit tristana das erste was wir dann verloren hatten und das waren drei gegen drei und reingucken das war dieses hier das sah so aus haben wir ja zu dritt verloren gut und dann ging es fröhlich weiter mit der tristana habe ich weitergespielt habe danach ein spiel gewonnen zwei dann eins verloren aber ich war nicht so gut hier und da auch nicht so gut da muss ich noch viel lehrgeld bezahlen dann wurde es ein bisschen besser denn naja ein rückschlag 171 hier ganz wieder herbe da ordentlich gekämpft aber am ende verloren auch 13 mal gestorben ja hier war es ein bisschen besser da habe ich mich angestrengt hier oft verloren aber auch was geschafft da sah es auch wieder ganz böse aus und dann so lala da ist es gewonnen und da habe ich mich mal richtig super angestrengt mal ordentlich aufgepasst und nicht so viel in irgendwas reingelaufen das muss ich noch ein bisschen beherzigen das war echt der hammer 0 18 2 das war nix 4 15 3 da ich wenigstens vier champions geschlagen und das letzte spiel das ging ja gar nicht also da habe ich nur auf die nase gekriegt das war echt super schlecht die dritten drei spiele habe ich alle glaube mit dem dirner auch gespielt jordel 34 hier ist er und das war auch mit ihm da ist er knolle war nicht dabei jetzt noch mal jordel 34 wo ist er da oben und ich da gut und jetzt wollen wir gleich das nächste in angriff nehmen ja was könnte ich noch zeigen profil hat man gesehen hier 162 560 ich bin auf stufe 9 gekommen also meisterschaften so habe ich das hier jetzt verteilt dass wir vorher auf erholung habe das dann für tristana geändert als sowohl mehr sinn macht gut das war es dann wohl würde ich sagen ich will noch so andere einstellung auch gab dass wir hier am homo glaube auf leben tristaner meisterschaft das war auch ein versuch den ich erst gemacht habe hier so und dann halt den anderen gut dann würde ich sagen gehen wir eigentlich ins spiel ich schneide aber stück dazwischen raus und wir sehen uns dann im spiel wieder bis gleich recht herzlich willkommen zur folge die ich euch schon angekündigt hatte und ich begrüße dazu den dirne und dann haben wir noch den nasenbär louis 113 dabei der auch im chat ist hallo gut und wir sind wieder unterwegs ich hätte eben beinahe gesagt in der blauen ecke aber wir sind ja in der roten ecke in der blauen ecke ich habe eben die tränke vergessen hier mitzunehmen beziehungsweise kekse sind das ja so und dann geht es los wollen wir mal schauen wie wir uns schlagen letzten drei spiele habe ich alle verloren aber der dino dabei so gut ist er genau und deswegen haben alle drei spiele verloren nein das waren harte gegner ja es sind immer die anderen schuld sind sowieso immer die anderen schulde genau vielleicht schaffe ich es ja diesmal etwas besser bin schon wieder ganz aufgeregt ich auch wo sind die gegner warum kommt denn keiner ich weiß es nicht ich muss heute sagen dass ich weiß ich habe das zwei drei mal gemacht oder so bin gespannt wie es läuft okay wahrscheinlich scheiße so wie bei mir immer also wenn ich mich anstrenge dann läuft es gut aber ach das ist dann immer so so vorsichtig vorgehen und so na da sind sie möchte ich noch weiter machen Oh, jetzt schießen wir erst mal. Oh. Hast du das im Gericht? Nein! Da kommen schon zwei. Gibt's nicht. WTF? Ich hätte aber anders anfangen sollen, nicht? Ich weiß gar nicht, wer das ist da unten. Oh, ne Schützchen, okay. Ja, hier oben ist keiner. Sieht so! Okay. Da hab ich dir dicke Fehl. Ah, das geht ja schon direkt gut los. Da hab ich dir... Fährt. Ist das nicht der, der diese komischen Sachen wirft? Nein, ne? Und auch Heser. Okay, erstes Blut, aber ich war's nicht. Oh, irgendwas hagelt hier. Alter, wie? Hattest du dich schon erwischt, oder was? Ja! Super, im Dschungel. Aber jetzt bin ich zum Level aufgestiegen. Okay, das ist ja schon mal was. Ah! Irgendwie ist es grad heute nicht so gut. Da geht noch einer in den Dschungel, oder wie seh ich das? Der Dicke hier, ne. Aber ich muss mal... ...mich ein bisschen zurückhalten. Sonst bin ich wieder so schnell tot. Oh, ich bin schnell tot, seh ich schon. Hau ab! Okay. Okay. Aber sieht ja gar nicht mal so schlecht aus, ne? Weg, 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 weg. Ah, ich hab's nicht geschafft, schade. Ach, naja. Der erste Tod ist schon mal da. Aber ich war ja nicht so schnell wie der dir, ne, ne? Ne, ich war schneller. War's heute schneller. Ja. Ich bin dran geflasht, ey. Ich hab's ja... Was ist denn da los mit mir heute? Okay. Jetzt macht er das schwerer Angriffsschaden, ne? Alter Scheiße. Okay. Immer her mit den Bösewichten! Ey, Luis, auch wenn ich kacke. Oh, komm. Oh, komm. Wann komm ich denn? Komm ich auch mal? Ah, da, langsam angelaufen. Nein. Krieg ist noch lang genug, brauchen wir uns keine Sorgen machen, können wir langsam kommen. Ich probier das Ding mal. Das wird lustig. Sehr schön. Der Gerhard fährt nicht der Wester zu sein. Halt du mal meine Bombe fest, das ist auch besser so. Ich geh rein! Ich kann's ja gerne an Bote helfen mit. Ah, dieser Hagel, der ist auch doof, ne? Genau, stimmt. Er klebe auch, okay. Weg, 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 weg. Oh, ich muss ganz schnell weg. Okay. So. Dann gehen wir mal zurück zur Basis, ne? Ein bisschen aufladen. Ist ja doof geklappt hier, ne? Das war schon wieder so geklappt. Ja. Alter. Kann man schon was kaufen? Ne, sieht nicht so aus. 403, 550 gibt's das nächste, okay, das bringt doch nix. Und wieder zurück. Ich mach mal ne Abkürzung. Na komm schon. Das ist schon mal weg. Wär ich? Ja du. Ich bin nur einmal tot bis jetzt, ja? Und einmal war ich zurück und wieder da. Cool. Ich hab ja gesagt, ich muss mich mal anstrengen, ne? Wie gesagt, ne? Ich hab ja immer gesagt, sterben wär das Wichtige im Spiel. Ja, ich will doch mal versuchen, nicht so langer, ne? Äh, nicht so schnell. Ja. Wo war ein Handy leer? Oh. Okay. Läuft da einer hinten rum? Ne, da geht er nur in den Jungle rein und kommt wieder. Komm. Oh, ich muss wieder weg. Und ich muss schneller weg. Schaff's nie mehr. Scheiße. Wieder getötet. Zweiter Tod. Ja, ich glaub ich muss mir die Stiefel kaufen, das hat aber keinen Sinn, ne? Aber Stiefel sind gut. Oh. Ich werde demnächst schneller weg. Ich werde demnächst schneller laufen. Will ich hoffen. Will ich hoffen. Sonst steht da auch. Oh. Was sind denn unsere Mitstreiter? Oder mein Mitstreiter? Der Zaubere ist nicht mehr da. Zinn erwischt? Ne, eigentlich nicht. Ja. 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 Das hätten wir. Papa. Ja bitte. Wenn du einen Kill brauchst, komm hoch. Wenn du einen Kill brauchst, komm hoch. Wenn du einen Kill brauchst. Mhm. Ja. Passiert nicht viel mehr, ne? Guck, der bleibt einfach stehen und macht nix. Aber warum kriegst du den auch? Und wieder kaputt. Mhm. Ja, das wird kein Sinn, die Taktik geht nicht auf. Hast du? Ja, ich mein, ich weiß es nicht. Ah, dreimal gestorben, noch nix passiert, ist wieder super. Läuft. Mist. Ich sag dir, wenn er wieder da ist. Wie gemein. Ohne Treffer tut's nicht weh. Wir nehmen das hier, ne? So, und schauen machen können. Dann gucken wir mal hier vorbei, oder? Lass mich durch. Stop feeding. Wer ist gestorben? Ich. Drittemal. Aber vielleicht war ich das jetzt grad nicht. Ich bin schon länger tot. Ich bin schon ein Weg wieder nach vorne. Hast du deinen Sprungmuskel wieder? Ja, ich hab wieder was falsch gemacht. Wollt ihr das Feuerwerk sehen? Äh, er ist wieder da. Okay. Ja. Schau mal! Wo ist er? Oh Gott! Wie tot! Ja, er geht direkt oben drauf! Wenn er kommt! Ich hab's wieder nicht geschafft! Jetzt schon wieder viermal tot! Und ich nicht einmal was gewonnen! Ja, das kann's so nicht sein, oder? Jetzt hab ich wenigstens die Laufschuhe schon mal, ne? Jetzt mal 48, das nächste, okay. Wieder super! Ich muss nur in die richtige Richtung zielen! Ja, ich hab noch so viele Punkte, da könnte ich mal gerade überlegen, ne? Quarki oder Heimerdinger oder wie heißt der andere? Die beiden könnte ich jetzt so als nächstes meinen Angriff nehmen, ne? Ja, weil er da unten auf der Botlane bleiben willst, dann wäre Quarki vielleicht nicht schlecht. Okay, okay. Eine Bandel schützt den Käfergegnern nur den Rücken zu, um sich über ihn lustig zu machen. Schauen. Befehle sind eigentlich nur sogar zu richtig. Garen ist wieder da. Und er ist nicht tot. So, dann krieg ich schon wieder in die Basis zurück, ne? Schon wieder einen auf den Sack gekriegt, aber ließ mal ohne sterben. Ich muss wieder los! Gibt's da noch was? Ne. 550. Voller Stolz! Ja, ich find das gut, wie die so sagt, voller Stolz. Voller Stolz gestorben. Immer wieder. Und auch Gern steht da. Der Magier, der kann irgendwie dieses Pentagramm da machen, ne? Und dann hält er die alle fest, oder was macht er damit? Weiß das einer? Pentagramm, Magier oder? So fünf so Säulen macht er und die da drinnen bleiben dann alle hängen, oder wie ist das? Ich weiß jetzt grad nicht, äh... Wenn du mal vorbeikommst hier, ne? Der, der bei mir rumzappelt. Ist das ein Magier? Ja, das Magier. Der bei mir ist, ja. Bitte? Ist das ein Yordle? Ist das Weiger? Das wäre ja, hm. So, aber diesmal, diesmal gib ihm doch einen, damit ich mal wenigstens einen Assist habe. Ne, klappt nicht, schade. Jetzt hab ich aber meinen Assist gekriegt, okay. Da ist der Kollege. Scheiße, wieder geschlagen, da kam der Hagel von oben. Ja. Haben die gewordert, oder? Weiß ich nicht. Gehen wir mal umgucken. So, diesmal war er. Papa, jetzt kannst du Garen holen. Okay. Jetzt kannst du den Garen holen. Nicht so mit einer Frise, schieß voll, weil ich fertig bin. Und da ist er Dicke wieder. Alles klar. Na gut. Was ist denn? Oh, ich hab' geschlafen, aber absolut, ne? Der muss da eben... Falsch geklickt oder so, könnte man auch sagen. Ach, schäbig. Fünfmal? Fünfmal verloren. Oder gestorben. Verloren ja nicht. Er steht bestimmt hier am Tower wieder. Lass mich durch! Hm. Hm, 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 hm. Er ist hier drinnen. Er ist hier drinnen, er ist hier drinnen. Hm. Ja doch, sie ist tatsächlich mit den Schuhen etwas schneller. Sie kann jetzt die Basalen überholen. Vorsicht, die kann sie mir helfen. Vielleicht? Ja. Hier, nimm du den Killen, nimm du den. Nimm du ihn! Nimm du ihn! Oh Mann! Der war irgendwie nicht da. Garen ist auch nicht da. Noch ein Turm. Der hier geht auf mich! Okay, jetzt ziehen sie sich etwas zurück, aber nicht weit genug, ne? So, jetzt können wir ihn machen. Jetzt, 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 jetzt! Lass dir den Killen. Kriegst du ihn noch, oder? Versuch mich mal auf den Yi zu konzentrieren. Nimm du ihn? Okay. Sehr gut. Du. Crazy shit. Scheiße. Lass uns schon mal... Schade. So. Wollen wir diesen? Ah, ich bin noch ein Keks, dann will den mal essen, ne? Ja, schön. Hier. Vielleicht. Vielleicht. Live 100. So. Wir müssen näher ran. Den Drachen getötet. Sie haben den Drachen getötet? Der Yasu. Oder wir. Wir, ja, ja. Schade. Jetzt bin ich aber tot. Hätte ich vielleicht nicht tun sollen, dann so reinspring ich Held. Naja. Aber jetzt kann ich hier leveln. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 2. 2. 1. 1. 4. 2. 1. 3. 1. 1. 2. 2. 1. 1. 3. auf der Top-Lane, das ist ja super. Hast du ihn terminiert? Ja, die machen doch alle nichts. Ne, sind das Luder? Ja, die stellen sich da hin, machen Autotaxe nicht. Das Luder. Und hier. Okay. Der ist auch ganz gut, ne? Jetzt kommen sie alle hier hin. Du auch, Diana? Oh, wie knapp ich überlebt hab. Wie soll ich sagen? Nein, da kommt Talon. Das war schlug. Oh, hinterm Busch vorbei. Alle reifen. Jetzt hat er mich wieder gepackt, ey. Also wenn der mich packt, hab ich keine Chance. So ein Shit. So was blöd ist aber auch. Naja. Aber jetzt krieg ich hier diesen... Wie heißt das? Blutdürste. Das Schwert müsste ich jetzt kriegen. Ah, könnte ein bisschen knapp werden, aber... Ja, ich warte mal besser. Könnte jetzt schon wieder vor, aber... 70 Punkte kann ich abwarten, oder? 70 Gold. 40 sind es ja nur noch 30. Oh, das war knapp. Das war knapp, ey. Okay. Leckte Arsch, ich verstehe da in Busch und hab nix, ey. Jawohl! Jasu! Hast du noch gelebt? Ich hab's überlebt. Jasu hat uns geredet. Okay, wir waren sowieso in Sicherheit, aber... Hinterm Turm, oder was? Hinterm Turm. Gleich links. Nehmen wir ihn hier. Gut. Das will ich. Das will ich nicht. Das will ich nicht. Das will ich nicht. Das will ich nicht. Was war nicht? Was war nicht? Was war nicht? Was war nicht? Manchmal in der Unterkunft, niemals unterlegen. Wo ist weg? Noch einer da. Oh, da gehts aber grad zusammen. Scheiße. Also ich bin gleich vom Nexus. Aber ein Assist. Ein Assist? Ja, besser wie gar nichts, ne? Haben wir doch Schaden nochmal drauf. Weiß ich nicht, muss mal probieren. Jetzt mal probieren, ne? Ja. 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 Ja.